hallo willkommen auf meinem kanal mein name ist susanna belloni ich bin spiritueller coach bloggerin und autorin und in diesem video möchte ich dir zwei großartige schamanen vorstellen die uns erklären wie wir manifestieren beziehungsweise wie wir unsere realität kreieren der erste ein älterer herr gelernter neurologe oder neurochirurg sogar also gehirnchirurg hat seinen job am nagel gehängt um sich vielmehr der heilung nach der alten mexikanischen tradition zu widmen vielleicht kennst du eines seiner bücher don miguel ruiz ist einer der namhaftesten südamerikanischen autoren wenn es um sachen schamanismus geht und seine ansichten sind relativ radikal anders als wir das von anderen vielleicht so in aller deutlichkeit hören er sagt uns nämlich du bist der regisseur deines lebens du bist hauptdarsteller und regisseur in einer person also nimm die zügel in die hand um beginn zu steuern und die technik die in bei den toltekischen schamanen vorzugsweise benutzt wird ist das luzide träumen das heißt während ich träume also wirklich im schlaf beginne ich quasi aufzuwachen und werde mir bewusst dass ich nur träume und beginne meinen traum bewusst zu steuern in eine richtung wie es mir beliebt und wie es mir gefällt ganz ähnlich beschreibt uns dass der zweite tolle mann den ich dir vorstellen möchte nämlich sergio magania der auch vom toltekischen schamanismus oder der toltekischen tradition gelernt hat und auch er hat wirklich wahnsinnig viel interessantes an büchern rausgebracht zum beispiel auch wenn es um den maya kalender geht da gibt es einen analog nämlich den toltekischen kalender der viel genauer ist seiner ansicht nach aber trotzdem sehr viel parallelen hat mit dem maya kalender und erklärt uns ein bisschen mehr aus dieser uralten also wirklich jahrtausende alten tradition mit seinem alten wissen und auch er beschäftigt sich natürlich mit heilung aber auch mit realitäts gestaltung sprich was möchte ich noch erleben was entspricht mir und er gibt uns dazu anleitungen wie traumreisen aber auch techniken mit wie wir unseren energiekörper quasi stimulieren und auch nutzen ganz ähnlich wie dr joe dispenser das auch macht wie wir die kundalini energie heraufholen und stärken und mit der dieser energie quasi unsere manifestationen zum leben erwecken ja die techniken die die beiden herren uns da vorschlagen sind zugegebenermaßen übungssache aber sie sind extrem wirkungsvoll und es gibt eine bandbreite an wunderbaren techniken und es macht richtig spaß auch ihre bücher zu lesen wo sie uns erklären die philosophie dahinter wie wir das leben anders betrachten können wie wir eigentlich götter in menschengestalt sind und ja wie wir uns eigentlich ein wunderbares miteinander und eine wunderbare welt erschaffen können ich möchte euch die bücher der beiden herren wirklich sehr ans herz legen da ist jedes völlig anders und sie haben schon eine ganze reihe wirklich großartiger bücher veröffentlicht den link dazu oder die links mehr besser gesagt findest du in der beschreibung unterhalb ich kann sie dir nur ans herz legen vor allem wenn du dich für schamanismus interessiert aber auch wenn du dich mehr mit dem manifestieren auseinandersetzen willst dann kann dir diese sichtweise wirklich eine neue perspektive eröffnen oder vielleicht auch fragen beantworten die noch offen sind also meine zwei tipps don miguel ruiz und sergio magania aus dem toltekischen schamanismus die uns erklären wie wir manifestieren und wie wir realität gestalten so viel von mir heute alles liebe und viel spaß beim schmücken in den wunderbaren büchern und schreibt mir doch gerne einen kommentar falls du dazu noch schon etwas gelesen hast oder noch fragen hast ich freue mich auf dich alles liebe